ja wir haben healer juhu aber ein funkelchen und die haben eine moralis und eine lily alter nach haben wir doch eine afkbar tour und nilly dann krass sie haben keinen damage dealer na gut atan ist oft tank und nasebo macht auch damit schon klar aber wir haben keine assassine schon krass wenn im early game nicht da und gehen und dann soll das easy werden für uns auf afkbar tour mit elida ja hier kann sich da mal hin porten auf der map auf der map ist auch cool mit funkelchen und abertur weil können oben helfen können unten helfen gucken wir mal ja ich bin kein fan auf der map von abertur weil er nicht socken kann ja das stimmt schon muss essen sammeln schnelle suche der ak mit dem präsidenten kann man eigentlich irgendwo seine stacks auf dem hammer sehen doch du gehst mit der maus auf kuh drauf und dann siehst du das da steht da bonus schaden irgendwo mitten nach da ja bonus schaden gleich ja ja krass macht denn der für einen schaden 237 4 3 2 1 lass die schlacht beginnen das ist schon krass jeder treffer plus 2 ne beim vorwärts und beim rückwärts fliegen vor allem im 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 Ich buddle mich mal hin. Ach, scheiße, siehst du, da kann man gestumpt werden. Fuck it. Da kann ich nicht mehr fliegen. Was ist denn los? Das wusste ich nicht. Was ist das schon wieder für'n Game hier, ey? Vor allem gammelt der Gegner nur, äh, in der Midlane-Up oder was? Jaa, zu viert gerade. Verdammig. Kommen die nach oben? Keine Ahnung, die sind nach hinten gegangen. Der Naseboost nach Mitte, wo der Rest ist, weiß ich nicht. Ich seh keinen auf dem Map. Oh, Rhalus lanet hier. Das hab ich ja gern gesehen. Jetzt sind sie zu zweit oben. Das kann ich mir halten. Ich buddle mich zu dir hin. Ah, der kriegt Zauberer in der Mitte, ne? Ja, scheiße. Ey, die Morales könnte man doch abholen. Ich bin jetzt auch da. Das war dann. Und da judo das. Ich muss noch ein bisschen Essenz sammeln Die alle zu fünf pushen, was ist da los bei dem Das ist halt cool bei dem Das wusste der Atanis nicht, dass du das kannst Sonst werde ich glaube ich auch abgehauen Hier siehst du, der FK-Water, der macht auch kein Bodysoul und der gammelt da hinten rum Du kannst keinen Krieg gewinnen Hab die Lily, tot Oh, alles tot Vergara's Sohn, hink hier Atanis tot Ich komme Komm nach unten Ja Erfreit den Drachenrittern und bringt euren Feinden den Tod Kommen wir wieder hoch? Dingeln knapp Jaja Ich buddel mich hin, bin ich schneller Oh, bitte nicht kicken Kommen Hahahaha Kommen 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 Hoh, mein 10 Fuck off Ein tödlicher Schlag Hahaha Nein, ich bin gemod Hohoho, das war knapp, ne? Ja, das war knapp Hey guys Hat ich die Pusten-Holtee gerettet So ist es, genau so ist es Lass mal unten dir Aaaaah Ich hab mich grad nach oben gebrudelt So, was ist denn da für ein cooldown? 40 Sekunden Bald werden die Schreine erraten Bald werden die Schreine erraten Oh, wir haben gut was abgeholt Soll ich oben tappen, oder? Oh Auf 20 hat das gar keinen cooldown mehr Dann kann ich mich über die ganze Karte buddeln So oft ich will Hehehe Ja, das ist nice Auch richtig viel Wert Nein, die Morbid mich töten Fuck it Ja, dann buddel ich mich mal nach unten Um da zu tappen, oh Oh Auch das Ultra-Mobility-Team, ey Auf jeden Fall Was hat denn der Eldi dann eigentlich für eine Ulti geskillt? Ah, okay Hätte er die, ähm Jagd geskillt, genau Über Hand geskillt Dann hätte er uns alle Dann wären wir alle mega mobil gewesen Komm mal Ah, das mit der Zunge ist so geil bei dem Weitere Wegwerfts Not bad Oh, wir müssen weg Ich habe gegen zwei Heiler der Illidan, Junge, Alter. Mein Gott. In Averture steht das ganze Spiel an einer Stelle. Hier, Nazebow for free. In die Tower gezüngelt. Tschüss. In Averture steht das ganze Spiel an einer Stelle. Oh, yes. 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 Was ist das? Morales kommt geflogen Ich habe nur keinen Mahler um mich zu töten Oh oh Mal zurück und dann unten das Camp machen Du kannst dich ja auch schon mal hinbuddeln eigentlich Yo Dann lass doch mal unser Easy Camp nehmen Jetzt den Nasebob hier Und die Flut Der Feind ist drei Pals Das war absammt Warum? Ja Ich buddel Nein Hol mal Nimm mal oben ein bitte Dann kannst du dich ja buddeln ne? Ja Kannst du direkt nehmen Ne Unten wurde getackt Scheiße Ich hab schon durch Weil ich schnell sein wollt Ich hab schon durch weil ich schnell sein wollt Ich hab schon durch weil ich schnell sein wollt Nimm unten Nimm unten Ich hab noch nicht Wenn die unbedingt ne Schlägerei wollen, müssen wir haben. Da kann ich auch mal kurz ne Pause machen mit Gebäudeklopperei. Er macht jetzt irgendwie weniger Schaden, ne? Oder irgendwas wahr? Er macht jetzt weniger Schaden. Ich bin im letzten Moment noch gestorben. Ja, vom Diener getötet, Steiner. Ja. Ah, war schön. Hast du noch Fenster offen? Da siehst du auf jeden Fall, so wie ich den skille. Ich weiß nicht, ob das so Standard ist, aber so finde ich es am coolsten. Ja. Ja, das war Pallytime auch geskillt. Ja, ich glaub das war das auch. Das war auch Essenz. Die Dauer von heranziehen. Ja. 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 Ja.